Und damit herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Affe vs. Clure hier! Und zwar, diesmal sind wir hier mit Big Little Grubber am Start! Ihr fragt euch, was ist das denn für ein Scheiß? Aber es ist ein recht witziges Game, ist halt Snake-Style, aber ihr werdet sehen. Ihr findet das wahrscheinlich selbst noch heraus. Ja, wir werden wieder 15 Minuten spielen, wer die höchste Punktzahl in der Zeit erreicht, egal wie oft man neu starten muss. Man hat 15 Minuten Zeit, um den Rekord für sich selbst rauszuholen. Gut, ihr seht auf der einen Seite natürlich wieder Clure, auf der anderen Seite, wo meine Kamera drin ist, mich. Das ist natürlich selbstverständlich. Und wir werden auch bei, also hast du die Maus über Play Clure? Yes! Wenn ich Go sage, dann kannst du sofort loslegen. Ich werde mal genau bei einer Minute, werde ich hier dann mal los sagen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Go! So, genau, jetzt haben wir 15 Sekunden Zeit, ja, ja, Guide, blablabla, scheißegal. So, und jetzt fressen wir uns hier die Früchte durch, 30 Punkte sind schon mein. 50, 60, 80. Nein! Nein, zweimal schon gestorben. Was? Du bist schon zweimal gestorben, Alter? Ja, aber hier braucht man nicht unbedingt 15 Minuten, das ist egal, ob man stirbt oder nicht. Das ist richtig. Komm, komm, komm. Oh, ja. Ich schwöre, dass wir Scooter Runners sind. Das ist jetzt, also langsam wird es wieder schwieriger. Für mich. Oh, wow. Ich glaube, ich bin tot. Nein, ich rückfieh jetzt. Wow, Alter. Pfff. Diese Szene, Claire. Musst du dir mal einen Videospieler geben, Alter. GG. Was denn, als ich wieder... Oh, ich Idiot. Bei 480 bin ich einfach gegen mich selber. Mist. Ja, das einzige, wie du hier sterben kannst, ist gegen dich selber. Aber das war außer sehen, ich habe nicht nachgedacht. Einfach so schnell rübergehuscht. Oh mein Gott, jetzt wird es langsam schwierig. Ich bin jetzt bei 480, ich bin doch kein einziges Mal gestorben. Ich bin auch bei 480 gerade gestorben, ich hätte das einfach in dem kurzen Run gemacht. Wann brauchst du denn? Oh mein Gott, ich kann wieder gegen mich. Nein! Ah! Ich glaube, mein Score war jetzt 500. Ich bin mir nicht mehr sicher, ey. Aber wir haben ja alles im Video nachprüfen. Ja. Konzentration, Leute. Genießt die Musik, Leute, und... Ja. Ich würde sagen... Guckt einfach nur zu, wie ich mich hier durchfresse und Claire sich auf der anderen Seite einfach die ganze Zeit selbst umbringt. Man kann da gar nichts sagen, während man das sagt, wenn man sich viel konzentrieren muss eigentlich. Ja. Das sieht aus wie ein kleines Kinderspiel, aber wenn man es wirklich... Ja. Darauf ankommen lässt, Alter, ist das gar nicht mal... Oh mein Gott, was? Ne. 450 reingeschissen, ey. Ab 500 ist das schon mega heftig, finde ich, ey. 510, 520, 530, 540. 50. 50. Manchmal hat man echt Glück, dass die Früchte einem da zwei so vors Maul fliegen, ey. Ja. Ich kann an diesen Apfel rankommen, wenn's große Kurven ziehen. Ich bin bei 645. Was? 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 Wie soll ich denn da noch drankommen? Oh Mann. Bum, 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 bum. Was? Wie soll ich denn da noch drankommen? Nein, ich berühre mich selber. Mist. Na gut, 640 hab ich. Nein, ich hab mich doch gar nicht berührt. Puh, ey. Ich bin das schon mega crazy ab 500, ey. Wie ist dein Rekord bisher? 550 jetzt in dieser Runde. Oh mein Gott, nein! Fuck, das Arschstück, was jetzt gespawnt ist bei 570, hat mich getötet, ey. Oh Mann, 570 ist jetzt mein Rekord, ey. Bei 16 Minuten müssen wir aufhören. Das heißt, wir haben noch... Alter, wir haben noch voll lange Zeit, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so lange konzentrieren kann auf diesen scheiß Wurm, der aus mit dem Penis, mit einer Eichel, die mich gerade umgebracht hat. Alter, ich werd ver... Alter, ich hab mich mega verheddert. Er hat sich... Er hat sich... verheddert. Oh, wow. Wow, 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 wow. Fuck, 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 fuck. Wie fucking... Fuck, scheiße. Ey, wie fucking scheiße war das denn jetzt gerade? Ich hab so verkackt. Oh yeah. Da mach ich Affe fertig, Ella. Wenn's um Geschicklichkeit geht und nicht um Glück, wie gerade eben, mach ich ihn fertig. Natürlich. Das war eben... Das Kommandospiel war auch Geschick. Mhm. Geschick. Natürlich. War eher ein... Lack. Das war ein... Das war ein... Das war ein... Das war ein... Das hat immer billige Ausreden, Alter. Ein Glück, blabla. Egal, um was es geht. Er sagt immer... Ah... Mach der Geschick, die wieder durchgefehlt hat. Hm... Nein. Wer bin ich? Perfekt. Nein! Ich glaub 640 oder so war bisher mein Rekord. Der gibt's noch nicht. Und bei dir? 2,550 wieder. Oh, was? Nein! Wie komm ich denn an die Kante? Was? Verdammter Fick! Ich bin bei 550 schon wieder, ey. Ey, das darf nicht wahr sein. Ein Noob bist du. Hm, 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 hm. Erinnert mich hier durch wie ein Boss. Oh, und ich knall da wie das World Trade Center in mich selber rein, ey. Das World Trade Center? Ja, schön. No, nein! Erstens. Die letzten paar mach ich immer total schnell durch. Dann greife ich manchmal so gegen mich, so random. Wie jetzt? Ah, hab ich so kleine Kurvenziele. Lass mich das Spiel dafür büßen. Ey, das muss ich dann mal machen. ein bisschen langsamer machen aber es ist ein high concentration mode alter ja wie viel hast du bisher jetzt wieder bei 520 ich sag ja das ist für 500 ist noch gar nicht schwer man seine mutter sieht die lücke seht ihr die lücke da ist nichts passiert und trotzdem zusammenstoßen trotzdem über spielbar spielbar soll ich an diesen scheiß apfel ankommen diese schlange ich weiß ganz genau darauf ist das kauf besteht auf äpfel das sehe ich wenn man aus dem rand mit der maus geht dann wird das spiel immer so freeze bis du damit ihr mit der maus da reingehst und das ist ein mega upturn warte ich meine hand schwitze ich bin bei 620 620 und ich kacke rein das darf nicht wahr sein oh neiiiiiii easy alter ich werde verrückt es kackt mich an das darf nicht wahr sein ich bin halt einfach so random immer gegen mich selber weil ich einfach bei 500 immer noch mega schnell mache dann mache ich schon nicht mehr langsam bei 600 oder so da wird man langsam anfangen sich zu konzentriert die ersten 500 seiten waren eigentlich nur durch rushen ey bin mal gespannt ob du dieselbe taktik fährst wie ich bei dem spiel oder ob du was ganz anderes die ganze zeit machst was machst du denn kreisverfahren man ja ich denke auch die ganze zeit drehe ich mich im kreis das ist doch klar ist doch irgendwie am glücksten oh mein god das ding spawnt alle dadurch keiner mit dem kopf gegen ey das ist voll close oh ich bin behindert ich bin einfach behindert ey behindert oh mein god bin ich dumm man okay oh nein ich hab das hier nicht getroffen oh gut durch easy easy so so gott sei der resport nicht vor meinem weg gell okay so 500 so also das mal irgendwie durch waschen jetzt so irgendwie tönt mich auch dieses getröte was am ende kommt ne es tönt mich mega ab das geräusch finde ich irgendwie mega eklig das geräusch finde ich irgendwie mega eklig richtig große kreise ziehen 600 warte mal was oh gott bin dran vorbei so jetzt schön groß oh wie soll ich das denn machen nein 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 so 650 habe ich jetzt bin ich voll der klemme ich bin einfach so ich hatte ich hatte mindestens noch eine vor frei ich bin einfach so gemisch geknallt ne weil ich mit der maus einfach wieder zu schastig war 650 man 600 fucking 50 krass na gibt es schon aufwaffe ne aufgeben oder was aber wie sieht es bei dir aus ich glaube das game hat aber auch ein limit weil was willst du wenn du irgendwie bei tausend bis zu oder soll kannst du dich ja nicht mehr vorwärts bewegen boop 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 Oh nein, man hat Spontrollen hinter mir wieder. Nein, dass ich nicht kann. Was soll Kreise ziehen? So, so, so. Perfekt. Ey, ich knall immer so dumm gegen meinen eigenen. Nicht mal so, weil ich gegen die Klemme bin, sondern einfach nur, weil ich wieder so ungenau mit der Maus war. Aber wieder bei 600, aber hast den Spont in meinem Gesicht, ey. Die sollten einen bei 300 anfangen lassen, man. Die ersten 300 sind einfach so unnormal einfach. Spont einfach in meiner Fresse. Ja, dafür bist du dich am Konzentrieren. Dann lachst du dir gerade in der Hecke ab, weil du irgendwie 800 geschafft hast und so. So, ich bin, wie viel war dein Rekord? 650. Ja, meiner auch, du Wichser, meiner auch. So, okay, jetzt musst du 650 schlagen, du Muschi. Warum muss ich das schlagen? Wir haben beide gleich wie du, musst das auch schlagen. Ja, das ist das Ding dabei. Du bist jetzt nicht mehr so, na, ich hab's in der Sekunde. Ja, nur das für mich 600 voll easy sind, finde ich voll die Anstrengung. Von deiner Mutter habe ich gehört, dass das eine Anstrengung ist. Was? Deine Augen lassen langsam nach. Deine Reflexe. Das hat nichts mit Reflexen zu tun. Auch nichts mit Augen. Alles lässt bei dir nach, weil du alt und schlapprig bist. Ich mach's mal ein bisschen akkurat mit meiner Maus. Ganz langsam hier durchhänge. Leute, jetzt müsst ihr darauf achten, jetzt strengt sich Claire an. Oh, er weiß, dass jetzt Gleichstand ist. Ja, wenn ich mal warum nicht so hier durchhaste, dann krieg ich locker. Ich bin ja schon bei 600 wieder. 610. 630. 40. Ja. Willst du schnell machen? Hä? Oh, okay, okay. Irgendwie. Hab verstanden. Leute, wir haben schon lange Ende Claire. 660. Wir haben schon Ende. Was? Wir haben schon Ende. Schon lange. Schon seit einer Minute. Ja, aber ist schon Ende. Seit einer Minute. Ja, aber ich bin bei 660. Was war denn? Was, seit einer Minute schon? Seit anderthalb Minuten ist schon Ende. Das heißt, diese Runde ist Gleichstand, mein Freund. Ja, ist klar, weil ich bin bei 670. Dann ist natürlich gleich dann 680. Entschuldigung. Ja, was denn? Das war schon vor anderthalb Minuten Ende. Ja, was hättest du mal vorher sagen sollen? Ja, das hab ich doch nicht gecheckt, Alter. Ich bin in diesem Spiel einfach drin. Machen wir das so wie bei den letzten Mal, die Runde, der wir... Ach, natürlich. Natürlich. Klar. Ja, jetzt gilt das nicht, Leute. Siehst du, wenn Affe nämlich dann verliert, dann sagt er nämlich, das gilt nicht. Das gilt nicht. Ach, wenn Claire gewinnt, dann sagt er, das gilt. Das gilt. Äh, grad eben war ich auch in der Runde und hab verloren, hab trotzdem gesagt, ja, gilt jetzt so. Ich bin halt verloren. Dann hab ich auch nicht gesagt, ne 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 ne, eine Runde, eine Runde, eine Runde. Ja, weil das ist aber schon 10 Minuten vor Ende gesagt. Na, jetzt hab ich eine oder zwei Minuten vor Ende gesagt, guck doch in die Scheißaufnahme, Mann. Deine Mutter stinkt. Und ich hab jetzt in der letzten Mal, wo du grad gesagt hast, das ist vorbei, da hab ich 680 geschafft. So, also hab ich gewonnen. Nein, noch bin ich auch im Run. Äh, im Run, im Run. Ja, dann hast du diesen Run jetzt noch. Ich guck in der Aufnahme, ne? Ich guck das auf YouTube. Ah. Und ich dachte, ja, ja, ich bin noch in der Zeit im Run. Sag ich das gesagt, dann bin ich in diesem einen Run. Doch. Ja, das stimmt. Wirklich. Kannst du in der Aufnahme gucken? Okay, wie viel hast du bisher? 580. 180. 580. Geht jetzt bei 600. 610. Na dann. Ich bin bei 600, eine Minute später 610. Ist der ein richtiger Rusher? 650. Oh. 660. Oh. 670. Ja. 680. 690. 700. 710. 720. Oh. Ich hab dich gerackt, Clur. Deine Regeln. Deine Regeln. Oh ja. Okay. 740. 740. 740. 740. Ich hab gewonnen. Get owned Clur. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss von uns beiden. Tschüss von uns beiden.